Moin, ich bin Kai und heute zeige ich euch in einem kleinen Weihnachtsspecial, wie man hier so ein Schneebild hinkriegt. Ja, das ist mein Kumpel Chris, der hat vor ein paar Wochen eine CD rausgebracht, eine Weihnachtsscd. Und dafür braucht man natürlich auch entsprechende Pressefotos und das hier ist jetzt eins davon. Und wie ihr seht, haben wir die von einem roten Hintergrund einfach fotografiert und ihnen dann ein bisschen mit Kunstschnee beworfen. Aber das sieht halt nicht richtig überzeugend aus. Ich habe schon mal zwei Bilder hier zusammengefügt. Eins, wo hier oben ein bisschen Schnee drin ist und eins, wo hier über ihm Schnee drin ist. Und natürlich ist auch auf seinem Shirt auch ganz viel davon. Aber das reicht mir noch nicht. Deswegen habe ich einfach zu Hause vor einem schwarzen Hintergrund, ich hatte nur so ein Flightcase, wovor ich das machen konnte, was schwarz war. Das habe ich einfach fotografiert und ihr seht das hier in Lightroom. Das sieht manchmal ganz nicht so cool aus. Da sind halt die Kratzer noch drin vom Flightcase. Aber es ist eigentlich ganz einfach fotografiert. Also ich habe einfach wieder Kunstschnee genommen, den von der Seite angeblitzt und die Kamera auf dem Stativ gehabt und einfach ganz oft Schnee fallen lassen und in verschiedenen Mengen. Und habe das einfach ganz oft fotografiert. Auch dabei mal die Schärfe von dem Objektiv ein bisschen verstellt, weil Schnee natürlich nicht nur in einer schärfen Ebene unterwegs ist. Deswegen sieht man, dass hier diese Bokehpunkte von dem Schnee, die sind ein bisschen schärfer als gerade noch. Da sind die alle ein bisschen weicher. Und ich habe mir dann am Ende einfach ein paar rausgesucht. Die habe ich schon mal markiert. Und die würde ich euch auch gerne zur Verfügung stellen. Meldet euch dafür einfach beim Newsletter an. Dann kriegt ihr alle diese Schneebilder zugeschickt. Hier diese vier. Und ihr seht, da ist das schon recht scharf, der Schnee. Hier ist er recht weich. Und das gibt natürlich dann eine gute Mischung. Jetzt müssen wir natürlich nur alle in Photoshop öffnen. Dafür markieren wir die einfach mal alle. Sagen, bearbeiten in Photoshop. Und dann dauert das einen kleinen Moment. Nehmen wir jetzt hier mal den Standard-Hintergrund. Und dann seht ihr, dass wir die hier vor uns haben. Und jetzt müssen wir die noch alle hier reinziehen einfach. Ich fange mal mit dem an. Einfach genauso groß, wie es ist, reinziehen. Und ich wandle die dann immer gleich um in ein Smart-Objekt. Weil man dann ein bisschen mehr Qualität behält, wenn man es mal kleiner machen will. Und dann wieder größer. So. Das dauert jetzt auch wieder einen kleinen Moment. Jo, dann kann es jetzt auch weitergehen. Also, wir gucken jetzt erstmal einmal, was hier los ist. Und dann erkläre ich euch gleich, warum ich den Schnee vor Schwarz fotografiert habe. Also, wir haben hier ein paar Löcher im Schnee, sozusagen. Und hier ein bisschen. Und wir wollen einfach nur ein bisschen mehr Tiefenschärfe machen. Oder mehr Dreidimensionalität. Und hier ist der Schnee ja recht klein. Deswegen fangen wir jetzt einfach mal mit einer Ebene an, wo der Schnee recht groß ist. Nehmen wir mal die. So, jetzt haben wir das Problem, dass natürlich der Hintergrund schwarz ist. Das lässt sich aber relativ einfach beheben, indem man hier die Ebenenmodus einmal auf negativ multiplizieren stellt. Dann ist nur noch das sichtbar, was hell im Bild ist. Und nicht ganz schwarz. So, und jetzt seht ihr schon, können wir das hier ein bisschen hin und her verschieben noch. Und diese weißen Punkte sind jetzt noch ein bisschen zu krass. Deswegen senke ich die Deckkraft einfach noch ein bisschen ab. Ah, das sieht doch schon viel besser aus. Dann fügt sich das einfach noch ein bisschen besser ein in den Hintergrund. So, als nächstes haben wir hier mal eine Ebene, wo der Schnee ein bisschen schärfer ist. Die ist mir jetzt allerdings ein bisschen zu groß, der Schnee. Deswegen machen wir einfach mal ein bisschen kleiner. Können auch ein bisschen drehen. Ja, so passt das eigentlich ganz gut, glaube ich. Stellen wir natürlich wieder auf negativ multiplizieren. Ja, das sieht schon viel besser aus. So, jetzt füllt das natürlich nur eine kleine Stelle hier. Deswegen duplizieren wir die Ebene einfach. Wenn man die Alt-Taste gedrückt hält und dann die Ebene zur Seite zieht, dann wird die einfach dupliziert. Und wir haben dann gleich mal mehrere davon. So, das sieht schon ganz vernünftig aus. Damit das noch ein bisschen mehr random aussieht, drehen wir die einfach noch ein bisschen, die Ebenen. Wunderbar. Das sieht eigentlich schon ziemlich gut aus. Ich will jetzt noch ein bisschen mehr. Deswegen gruppiere ich diese Ebenen, die ich hier gerade dupliziert einmal. Das geht mit der Tastenkombination Apfel-G oder Steuerung-G. Und dann kann ich davon auch die Deckkraft noch ein bisschen absenken. Ja, das ist schon viel besser. So, jetzt haben wir diese Ebene noch. Oh, die bauen wir auch mal eben so ein bisschen ein hier. Und dann haben wir noch eine mit ganz großen Punkten, glaube ich, oder? Irre ich mich. Ja, da sind so ein paar noch. Hier so ein paar vereinzelte. Sorry, nicht auf multiplizieren. Dann passiert genau das Gegenteil, dass nur die schwarzen Sachen im Bild sichtbar bleiben und die weißen nicht mehr. Wir müssen natürlich negativ multiplizieren nehmen. So, und die können wir jetzt irgendwo noch mal als Highlight hinpacken. Ja, ich glaube, das ist ganz gut so. So, vielleicht, genau. So, jetzt haben wir das Problem, dass da natürlich sehr viel Schnee vor Chris' Gesicht ist. Eigentlich ist das so realistisch, aber wenn man das natürlich für den Werbezweck verwenden möchte, ist das nicht so cool. Deswegen machen wir jetzt aus all diesen Ebenen und dieser Gruppe noch mal eine neue Gruppe. Und auf diese Gruppe kann ich jetzt eine Maske anwenden. Nehme jetzt einfach einen großen schwarzen Pinsel. Wir nehmen hier schwarz als Vordergrundfarbe und ihr seht, der ist noch nicht ganz so groß. Nehme jetzt mal hier so 170. Das passt gut. Und wenn wir jetzt hier reinmalen, dann mit schwarz reinmalen, dann wird alles rausgenommen aus dem Gesicht, was wir da an Schnee hinzugefügt haben. Man muss natürlich ein bisschen aufpassen, weil es manchmal blöd aussehen kann, wenn man mitten durch so eine Schneeflocke durchpflügt. Aber hier geht das jetzt ganz gut. Bei der Originaldatei habe ich noch ein bisschen hier auf dem Shirt was weggenommen, weil da schon so viel war. Damit man das ein bisschen besser erkennt. So, das sieht doch eigentlich ziemlich gut aus. Einmal vorher und nachher. Ja, da bin ich sehr zufrieden mit. Ich hoffe, ihr habt was gelernt. Diese Hintergründe könnt ihr sehr einfach selber erstellen. Einfach einen schwarzen Hintergrund nehmen, wenn ihr was Helles fotografieren wollt oder einen dunklen Hintergrund nehmen, wenn ihr was Helles fotografieren wollt und dann einfach von einer Seite ein bisschen mit einem Speedlight anblitzen und ein bisschen mit der Belichtung rumprobieren. Dann kriegt das eigentlich ganz gut hin. Das Blitzen sorgt halt dafür, dass die Bewegung eingefroren wird. Das heißt, dass ihr dann auch mit einer 50. Sekunde oder sowas fotografieren könntet. Und das ist trotzdem scharf. Ja, probiert da einfach mal ein bisschen aus. Wie gesagt, wenn ihr euch für eine Newsletter anmeldet, dann kriegt ihr die umsonst. Die vier Bilder, die ich hierfür benutzt habe. Und ich würde mich freuen, wenn ihr euch anmeldet. Ich würde mich auch voll über ein Abo freuen. Und ansonsten, falls wir uns nicht mehr hören vor Weihnachten, wünsche ich euch ein frohes Weihnachtsfest. Bis dann!